Das Spielprinzip ist, dass es in der fucking Nervensäge ist. Welcome, get out. Ich glaube, wir spielen gegen den Erzähler und müssen so Rätsel-Puzzle-mäßig lösen. Please do not click. So, hier sind die Sachen falsch rum. Wir haben das ja gerade eben schon mal gemacht, aber ihr habt es glaube ich nicht gesehen, deswegen beziehen wir es hier rüber. Dann... Achso, das war es schon. Rock, paper, scissors. You only need to beat me once, to win. Too bad, that'll never happen. I was a champ back in high school. This is simple enough that even you should be able to handle it. All you have to do is press the button to choose rock, paper, or scissors. Okay, Schere, Stein, Papier. Do you think you can handle that? Hier ist ne Schere. Benutzt er einen Schere? Machen wir da einen Stein? Ha, you're just as dumb as I thought you would be. Did you get confused about what beats what? All right, I'll explain it to you. Mann, ich weiß, was was besiegt. Rock beats scissors. Scissors beats paper. Ja, ich weiß. Paper beats rock. Did you finally get it? Or do you need me to say it again, but slow at this time? Das Spielprinzip ist, dass das ne fucking Nervensäge ist. Oh mein Gott, ist doch okay, lass mich doch das Rätsel machen. Klick aufs Glas. Was, wenn ich Glas eingebe? What are you doing? You're gonna break the machine. Ah. Just because you can't win, does it mean you get to throw a temper tantrum. Gib mir deinen Stein. Although, I guess I shouldn't have expected more from someone. Nein, der Stein. Und jetzt? Jetzt können wir uns die Schere holen. Ah, great. Now you have scissors. Jetzt holen wir uns das Papier. So, und jetzt? Können wir was machen damit? Können wir jetzt quasi... Das, was, ähm... Das besiegen würde, hier einsetzen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel Papier machen... Äh, können wir dann... Ah, ne, warte. Äh, der macht Papier, wenn ich hier Stein drücke. Und dann packe ich die Schere hier rein. Oh, oder? Wir müssen mit der Schere das mal aufschneiden. Ja! Alter, smart. Junge. Okay, so, the game was a little rigged. But it was built that way. Okay, this able cheating. Man, du hältst jetzt dein Maul, du Gaul. So, jetzt machen wir Stein. Oh, fine. Und haben gewonnen. You win. Easy. Congratulations. Press the button. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin der schnellste Klicker. Höhe N. Noch ein. Jetzt Button drücken nochmal. Schnauze halten. Wer hat mein Button angezündet? Man kann das einfach ausdrücken, das Feuer. Vielleicht müssen wir diesen Weg auch gehen. Nein. Das kann man auch einfach kaputt drücken. Ist das simpel. Der Typ ist ja wirklich der letzte Vollidiot. Holy shit. Ah. Ah. Wir hätten den Button, glaube ich, erst jetzt gebraucht. Ich glaube, wir hätten das machen müssen, diese nervige Kacke. Okay, haben wir es geschafft. Easy. I, 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 easy. Der versucht, uns zu mobben. Wir mobben ihn zurück. Box. Okay, wir können hier so, glaube ich, drehen. Ah, hier ist der Schlüssel. So, hier vielleicht das Oh wieder hin. Okay. Oh, äh, hab ihr es endlich ausprobiert? Vielleicht muss einfach überall Null stehen und wir warten jetzt einfach eine Minute. Äh, ich denke, das ist es, dass wir die aktuelle Zeit erwischen müssen. Okay, Null Uhr Null ist es nicht. Ähm, okay, es ist 20 Uhr. Das heißt... Daran habe ich eben auch schon gedacht, aber ich dachte so, ne, das ist es nicht. Echt, das war das Rätsel. Na, okay. Mann, ich habe da direkt am Anfang dann gedacht. Okay. Bist du jetzt fertig mit deinem Lachen, oder was? Junge, was ist mit dem? Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Ach so. Okay. Aha. Okay, wir haben ja Einstellungen. Win Game. Bad Guy. Blueberry-flavored Buttons. Kann ich ausschalten. Narrated Cheating. Okay, was können wir hiermit machen? Okay, kann man das hier irgendwie verschieben, oder so? Ah, hier, guckt mal. Okay, wie kriegen wir das jetzt hier eingesetzt? So. Dann müssen wir uns das hier nehmen. Dann, listen to my favorite song. Get ready to have your ears blessed. Yeah! Ah, don't... Junge, halt los die Fresse, ey. Holy shit. So. Junge, macht er da auf einmal Hardcore-Metal an. Geht bei ihm ab. Okay, was haben wir hier? Junge, du be... Ah, okay. Do you even know anything about programming? Ja, how am I kidding? You're way too stupid to understand, anything about it. Matter! Alright. Okay, jetzt müssen wir programmieren. Hauf zu tippen. If player is stupid, narrator be mean. Else, narrator give insult. Give compliment. Oh, you... You figured it out. Be nice of be mean. Ja? Wow. Ah, okay. Und dann geht's weiter. Okay, ich war verwirrt, wo das Help hin muss. Okay, while... Player win. What am I saying? What are you doing to me? Game, give hint. Narrator, mock player. You're gonna ruin the game. Narrator, help player. Congratulations! You solved the final puzzle. Okay. Okay. Jetzt fängt's an, hier in die Schizophrenie reinzugehen. Der narrator macht's jetzt so, dass ich einstellen kann, dass er Sachen sagt, die er gar nicht sagen möchte, weil er eigentlich gemein ist, aber jetzt nette Sachen sagen muss. And I hope you like the game. Now introducing the credits. Das ist das Spiel gewesen. Hahaha. Junge, was laberst du. Echt? Das war's jetzt? Junge, hör sofort auf zu reden. Ich kann... Wer ist die... Hier, Voice Actor. Ich hasse dich. War, glaub ich, ganz nett, so für zwischendurch. Oder? So ein kleines Odeu... Ich glaub, ich wollt grad Odeuvre sagen. Es ist trotzdem halb rausgekommen und das ist extrem peinlich. Aber ich finde nicht so peinlich, wie wenn ich's ausgesprochen hätte. Und äh...